Was? Du wolle Feo, das Fleisch? Da, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gib's gerne einen anderen Weg. Oh, ein Glück, es bewegt sich noch los. Coming up. Was kann man aus? Kampfgadgets ausrüsten. Weiß eine Granate einen Kampfgadgets-Equick-Slot in deinem Tatsot, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Oh, das stimmt. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Zünder ist scharf. 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 Das ist mir auch gar zu scheißegal. Der Zünder ist scharf. 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 zwei folgen dann bin ich wieder ich kann dich jetzt suchen Noch mal kurz umziehen. 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 Ach du Scheiße. Noch mal kurz umziehen. 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 Oh endlich. Noch mal kurz umziehen. Noch mal kurz umziehen. Ja gerne. Dreckige Fotze. Das ist für deine dreckige Masche. Schön. Wirklich erwachsen. Sicher die Umgebung. Sicher die Umgebung. Sicher das Areal. Ja dann lass uns doch brechen. Oh Mann wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Danke Jack. Danke. Verlässlich wie immer. Dito wie. Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja. Will nur klarstellen. Du weißt schon. Wir sind ein gutes Team. Mir gefällt wie wir arbeiten. Mir auch wie. Mir auch. Hey. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Ei loigo wie. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben Sie am? Hat mir den Chip und die Meldstrom Kohle gegeben. Stout hat etwas verschwiegen. Auf dem Chip war ein Virus. Der billigste Konzernsregal der Zeiten. Ich nehme an, Royce hatte dafür wenig Verständnis. Der Virus hat ihre Systeme befallen und ein paar Meldstromer erwischt. Den Rest habe ich erledigt. Du hast echt Eier, Mr. V. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Mhm. Ohne das Treffen hast du keine Chance an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Eier. Wobei ich irgendwas mache. Mal ganz kurz. Wobei ich was mache, sage ich jetzt mal Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Das waren es hier mit den zwei Folgen. Ich habe die an einem Stück jetzt aufgenommen. Deswegen gibt es jetzt nur einen Cut während der Folgen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao mit V. Tschüss zusammen.